In diesem Video möchte ich mit euch einen Gedanken teilen, welchen ich für sehr, sehr wichtig halte. Insbesondere angesichts der aktuellen Debatte um das Thema Autismus und Inklusion und auch angesichts der aktuellen Debatte um das Thema Inklusion allgemein. Und zwar möchte ich mit euch in diesem Video über das von mir sogenannte Inklusionsparadoxon sprechen. Und zwar, dass aktuell gesagt wird, nicht die autistischen Menschen wären behindert, sondern die Gesellschaft würde Autisten behindern. Soweit, so gut. Lassen wir das erstmal so stehen. Das Paradox ist allerdings jenes, dass ein solches Denken oder ein solches Paradigma nur dann funktioniert, wenn die neurotypische Gesellschaft Autisten als Gegenstände betrachtet und nicht als eigenständige Player und Akteure auf Augenhöhe. Nochmal, das aktuelle Paradigma zum Thema Inklusion lautet, nicht der Mensch oder nicht der Autist ist oder hat eine Behinderung, sondern wird durch die Gesellschaft behindert. Und in diesem Zuge ist natürlich auch nicht der Autismus eines Menschen dafür entscheidend, ob der Autist glücklich wird oder erfolgreich wird oder nicht, sondern nur, wie die Gesellschaft diesen Autisten behandelt, welche Barrieren aufgebaut oder abgebaut werden. Nein, das Lebensglück eines Autisten ist nicht nur davon abhängig, wie die Gesellschaft ihn behandelt. Das Lebensglück eines Autisten, zumindest dann, wenn man ihn als vollwertigen Menschen ansieht, ist davon abhängig, wie die Gesellschaft ihn behandelt und was er selbst aus seinem eigenen Leben macht. Dass Autisten es häufig nicht schaffen, vollumfänglich etwas aus ihrem eigenen Leben zu machen, hängt davon ab oder ist davon abhängig, inwieweit sie selbst behindert bzw. beeinträchtigt sind. Wenn wir jetzt sagen, die Autisten sind gar nicht beeinträchtigt, sondern die Beeinträchtigung kommt nur von der Seite der Gesellschaft, dann wäre, das resultiert einfach daraus, wiederum das Glück dieses Autisten nur von dem Handeln der Gesellschaft abhängig. Und das, ich sage es nochmal, ist ein Denken, bei dem der Autist als Gegenstand dadenkt. Denn, als Gegenstand dasteht, gedacht wird, denn es ist ein höchst gegenständliches Denken, dass der Zustand einer Sache davon abhängt, wie man sie behandelt. Und, ja, damit geht auch ganz, ganz viel weiteres Denken, gehen viele weitere Glaubenssätze und Behauptungen unserer aktuellen Debatte um das Thema Inklusion einher. Zum Beispiel, dass gesagt wird, Autistische Menschen hätten ganz, ganz viele tolle Ressourcen, die sie der Gesellschaft beisteuern können. Das ist auch so ein Satz, den hört man immer wieder. Das ist natürlich auch ein Satz, ich sage es nochmal, der auch andere Behinderungs-, Störungskrankheits- Beeinträchtigungsbilder betrifft. Naja, und weil Autisten ja so viele tolle Ressourcen haben, mit der sie die Gesellschaft nutzen können, fördern und empowern wir natürlich auch Autisten. So die Rede aus der Gesellschaft, von den Nicht-Autisten. Ja, der große Pferdefuß dabei ist allerdings, dass das ja fast schon, das ist jetzt ein krasser Ausdruck, aber ich verwende ihn einfach mal, ja fast schon ein kolonialistisches Denken ist. So nach dem Motto, ich bringe den Autisten Lesen und Schreiben bei, ich fördere die Autisten, ich empowere die Autisten, damit sie dann am Ende wiederum ihre Ressourcen, die dadurch aktiviert werden, wo wir ihnen helfen, dass die Autisten ihre eigenen Ressourcen nutzen können, dass sie dann wieder die Gesellschaft bereichern können. Aber hat denn irgendjemand die Autisten gefragt, ob sie denn ihre Ressourcen überhaupt nutzen wollen, die Gesellschaft zu bereichern? In vielen Fällen ist das nämlich gar nicht der Fall. Das ist etwas, das vorausgesetzt, untergeschoben wird, was die Autisten selbst aber ja gar nicht von sich aus sagen. Ja, Hand aufs Herz, wie viele hochfunktionale Autisten sagen, ich will ja gar nicht arbeiten. Oder ein 8-Stunden-Tag ist mir einfach zu viel. Oder ein 8-Stunden-Tag, das kann ich gar nicht. Ich möchte nur 6 Stunden arbeiten. Ich möchte nur 4 Stunden arbeiten. Oder ich möchte gar nicht arbeiten. Ich kann nicht arbeiten. Nicht in unserem System. Deswegen beziehe oder möchte ich beziehen. Zum Beispiel Frührente. Grundsicherung, Bürgergeld, wie auch immer. Naja, und die sogenannten niedrig funktionalen Autisten, also Autisten, die sich tief im Spektrum befinden, die eventuell zusätzlich auch noch eine intellektuelle Entwicklungsstörung haben, umgangssprachlich nennt man das Intelligenzminderung, die in Pflegeheimen leben, die überhaupt nicht, sage ich einmal, oder nur in sehr vermindertem Maße dazu in der Lage sind, ein eigenständiges Leben zu führen, die vielleicht noch nicht einmal sprechen, die Assistenz benötigen bei den Toilettengängen und bei den Mahlzeiten. Nun, ich wage es auch hier mal einfach zu bezweifeln, dass diese Autisten, und das meine ich völlig wertfrei sagen, ich möchte meine Ressourcen gerne der Gesellschaft zur Verfügung stellen, deswegen gäbe es mir bitte Assistenz und so weiter und so fort. In dieser Hinsicht haben diese schwerer betroffenen Autisten wahrscheinlich gar keine Meinung, gar kein Denken, gar kein Statement. Das heißt also, auch hier wird den Autisten eine Sache untergeschoben, weil die Autisten als Gegenstand gedacht werden. In letztendlicher Konsequenz müsste man also sagen, okay, wenn wir die Autisten nicht als Gegenstände sehen, wenn wir die Autisten als Menschen sehen, als gleich, ja, als Player auf Augenhöhe, dann akzeptiere ich das auch einfach, dass die autistischen Ressourcen brach liegen. Dass wir die Autisten eben nicht fördern, weil wir, also die Nicht-Autisten, das für richtig und gut empfinden. Dann zahlen wir den Autisten eben den Lebensunterhalt. Die nicht-autistischen Menschen, auch die Fachkräfte, die Pflegekräfte, die Therapeuten, die Leute, die Bücher schreiben über Autisten, alle anderen, der Schlosser, der Busfahrer, ja. Wir gehen arbeiten, geben einen großen Teil dessen, was wir erarbeiten und erwirtschaften, ab in den Sozialtopf. Und dieser Sozialtopf finanziert dann eben den Autisten ihr Leben. Bürgergeld, Grundsicherung, Erwerbsminderungsrente etc. pp. Und das finde ich völlig okay. Und das finde ich völlig okay und sage ich, als jemand, der selber viele Jahre lang dauerhaft voll erwerbsgemindert geschrieben war und heute selbstständig arbeitet und eine Ausbildung wiederum zum Heilerziehungspfleger, also zu einer Pflegefachkraft macht, also jetzt auf der völlig anderen Seite der Gesellschaft sitzt. Und dass ich wiederum mit meinen Sozialabgaben andere Autisten, ich selber habe die Diagnose auf Autismus, die an derselben Stelle stehen, wie ich es früher stand, finanziere. Das ist völlig in Ordnung. Natürlich, ich würde ja nicht mein früheres Sich in diesem Video bashen wollen. Aber dann können wir doch wiederum nicht sagen, dass die Autisten durch ihr Umfeld behindert werden. Okay, ganz ehrlich. Es ist keine Behinderung der Autisten, wenn nicht autistische Menschen und auch ich jetzt arbeiten gehe und von meinen Sozialabgaben das Leben dieser Menschen bezahle. Das ist keine Behinderung, das ist ein Ermöglichen. Ein Ermöglichen dieses, ich sage es mal so, Lifestyles der Autisten. Okay. Und in diesem Sinne möchte ich auch mal einen Gedanken äußern zur Debatte noch zum Ende dieses Videos. Ich persönlich erkenne an und kann annehmen, dass ich eine Behinderung oder Beeinträchtigung habe, dass ich bestimmte Sachen nicht konnte oder noch immer nicht kann. Das liegt nicht daran, dass die Gesellschaft mich da behindert, sondern dass ich heraus, von mir heraus, eine Behinderung, ein Unvermögen, eine Beeinträchtigung habe. Aber, ich sage aber, ich nehme das an, ich anerkenne das und ich mache das Beste raus. Ich habe da in voller Anerkennung des Faktes, dass ich die Behinderung habe, ganz viel daraus gemacht und sitze deswegen jetzt zumindest zu großen Teilen auf der anderen Seite des Tisches. Deswegen fordere ich auch die Fachkräfte auf. Gebt mir und gebt auch anderen autistischen Menschen, insofern ich mir das hier erlauben darf, jetzt mal für andere Autisten zu sprechen, immer schwierig, gebt uns Autisten und anderen Menschen mit Behinderungen ihre Behinderung zurück. Wenn ihr sagt, dass ihr uns behindert und die Behinderung nicht in uns legt, dann behandelt und denkt und seht ihr uns als Gegenstände und nicht auf Augenhöhe. Denn ein Mensch auf Augenhöhe ist auch dafür verantwortlich, was er selbst aus seinem Leben macht. Das seid nicht ihr. Fühlt euch nicht. Ihr da draußen dürft und müsst euch nicht verantwortlich finden, was ich als Autist, der einen Schwerbehindertenausweis hat, aus seinem Leben macht. Das ist nicht eure Verantwortung, das mache ich selbst. Und liebe Autisten, denkt darüber nach, ob ihr euch das auch in Häkchen gefallen lassen wollt, dass ihr als Gegenstände gedacht werdet, angesehen werdet. Fordert eure Behinderung für euch zurück. Und seid und seht und lasst euch nicht als Gegenstände behandeln. Okay, ihr seid Menschen auf Augenhöhe und das geht halt nun einmal auch damit einher, dass die Schwächen, die man hat, dass man die auch für sich selber, bei sich selber verortet und annehmen kann und dann eben das Beste daraus macht, diese Schwächen weiterentwickelt, Kompensationsstrategien entwickelt oder halt Schwächen einfach Schwächen sein lassen und man in anderen Bereichen stärker wird. Das einfach nur mal als Denkanstoß zu diesem Thema. Das Video war, das möchte ich ganz klar sagen, so ein bisschen gefreestylt. Das ist ein spontaner Gedanke, den habe ich gehabt und den habe ich recht zügig mit euch auf YouTube geteilt, ist in die Kamera gesprochen. Ich denke, gebt mir mal euer Feedback zu diesem Video. Was denkt ihr dazu? Habe ich da vielleicht auch einen Denkfehler gemacht oder sagt ihr, ja, das stimmt, da hat er irgendwie recht, so habe ich das noch nie gesehen oder vielleicht sagt ihr auch, ey, das ist ja nichts Neues, das habe ich schon immer so gesehen. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ich werde voraussichtlich, wenn ich dazu motiviert bin, da auch noch einen Artikel für meine Website draus machen aus diesem Denken, die Vergegenständlichung von Autismus und in der aktuellen Inklusionsdebatte und ich möchte kein Gegenstand sein und dass ich der auch nicht bin. Ja, und besucht übrigens auch gerne meine Internetseite autismusspektrum.info Link in der Videobeschreibung, da findet ihr Fachartikel von vielen namhaften Experten und auch den ein oder anderen Artikel von mir. Ja, ich bedanke mich wie immer für die wohlwollende Aufnahme dieses Videos. Das sind Gedanken einfach nur, die müssen nicht stimmen. Ich halte sie jetzt aber erstmal für schlau genug, sie mal auszusprechen. Wir werden sehen. Ihr Lieben, ich bedanke mich. Haltet für immer die Oren steif. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Tom.